hallo und herzlich willkommen beim gut kultivierten achterbahnbau hier auf rsd der germany mein name ist mci und wir bauen heute unsere holzachterbahn weiter ja das letzte mal habe ich ja schon gesagt dass ich bis zu diesem fototrop den wir das gerade links sehen dass ich bis dahin die strecke echt ziemlich gut finde und dann mich jetzt heute um den zweiten teil der strecke kümmern werden muss würde diesen tun halt ja nachdem nach der toll da unten muss man irgendwie intern machen das problem ist an der stelle wenn man muss 180 grad machen weil ansonsten kommt man aus wasser raus da will ich eigentlich nicht hin ich habe öfters war mit einem rechtstern probiert oder auch mal mit einem wie heißt wird der schleife sozusagen also 180 nicht so wie jetzt sondern egal wurscht auf alle für mich ist diesmal in diese richtung gegangen normalerweise habe ich die andere richtung probiert früher habt ihr gesehen bin ich jetzt mal in die richtung gegangen auch um hinten noch ein bisschen platz auszunutzen den wir oben auf dem berg noch hatten den wir nicht benutzt haben ja dann haben wir jetzt hier unten finde ich ziemlich cool dass wir das dass ich das geschafft habe diese ja zweieinhalb fach helix gedöhnt zu bauen das hatte ich ja ganz in der alten version von vor zwei folgen hatte ich ja so ein ähnliches element schon mal drin ich weiß aber nicht mehr genau wie das darf gemacht gegangen ist auf alle fälle habe ich sondern zweifach helix ziemlich cool so hier ja schon so ein bisschen auch fürs auge mit mitarbeiten dem ich jetzt hier diese kleine hügel gemacht wurde später der eingang drunter ist das andere spieler der eingangsweg reingeht in die ganze anlage hier war jetzt so ein bisschen das problem dass ich ja wir gleich zum besten ist es einfach so wenn ich damit im eingangs mit der mit der q3g muss ich zwangsweise wenn ihr euch das mal anguckt unter diesem block und diesen bremse durch irgendwo halbwegs gescheit hinzuverlegen das problem ist unter der bremsen durch ist natürlich kacke weil da kommt der spieler transfer track hin und dann ihr merkt es ist nicht ganz so einfach falls ihr mich richtig verstanden habt was ich bezweifle aber gut was das ganze für uns jetzt bedeutet dass ich jetzt hier so ein paar minuten den teil da vorne wieder abreißen werde keine sorge nicht alles jetzt gerade die station die bremse und die helix vor der vor der bremse die comeback weil ich sie einfach um platzieren muss und mir gefällt auch der kleine drop nach der bremse nicht das kann man auch eleganter lösen nächstes mal hier habe ich zwischendurch noch mal gerade aus der großen übersicht geguckt bei der bockaufschnitte darauf zu haben ob das timing passt und das timing passt ziemlich perfekt ich weiß nicht wie ich es gemacht habe aber irgendwie scheint es so zu klappen dass der lift genau so lang ist dass man in dem ersten block bereich keine probleme bekommt und auch keine zu lange lücke hat und mit dem zweiten dasselbe dann und es ist voll toll und ich weiß gar nicht warum und wie ich das geschafft habe ich auch besser als ich dachte ich habe glück gehabt also ich habe viel glück gehabt weil ich bin ich gut so hier habe ich unter dem ding wieder abgesetzt weil ich habe diesen fetisch dass ich keine schienen auf dem boden haben will ich habe irgendwo im coaster sind auch liegen noch schienen auf dem boden rum wo ich auch noch mal gucken ob man da irgendwas sinnvolles kriegt sondern habe ich hier mal den weg nach unten durchgezogen muss natürlich damit hier oben an den leuchtturm rankommen unsere mechaniker dazu musste ich hier leider gottes die das cliff noch ein bisschen verändern damit ich da nicht unter den unter dem coaster durch muss wüssten war gut muss man den berg ein bisschen verschieben aber das geht so ich habe ich mir schon so gelang gemacht wo man dann später die q noch irgendwie durch schieben könnte ob man da noch irgendwie dass man die q irgendwie doch ein anderer da oben die lücke noch mit rein mit machen das ist aber wer oder scheitert halt alles im prinzip daran dass ich nicht unter der bremse durch will deswegen muss man dann da später hoffe ich jetzt eher gut da habe ich mich vorher entschlossen erst noch stützen zu bauen kann natürlich bis länger dauern die die stützen die ich jetzt hier gerade war aus bin ich mir auch noch nicht sicher die sind gefallen mir nicht die die dann später auf die außenseite kommen von dem ganzen auf die oftmals auf die die seite jetzt die werden wir dann letztendlich nicht schlecht gefallen oder wenn soweit ganz gut aussehen aus meiner ansicht die bleiben aber die auf der innenseite da bin ich mir noch nicht so sicher was mich da genau geritten hat die so zu bauen weiß ich nicht und ich meine deswegen habe ich ja zum was heißt nicht nur deswegen ja aber es hat ihren sinn warum ich die stützen grau gemacht habe das ist ja gravity gut wo die und die gravity haben wir zum beispiel auch bei der voyage damals durchaus mal stahlstützen für holzachterbahn verwendet quasi eine struktur wie beim über der holzachterbahn aber statt mit holzplanken eben mit stahl trägern ist vom optischen her kein großer unterschied außer die farbe das ist eben grau ist hat aber der vorteil dass stahl natürlich im endeffekt doch stabiler ist als holz das heißt man braucht nicht ganz so viel struktur du brauchst nicht so viel stahl wie du zum beispiel holz brauchen würdest und du kannst auch einfach aus mit weniger zeitbeams aus das heißt es kann gut sein dass ich oben die die kathedrale sozusagen ich habe das habe ich heute dass ich nur scheiße aber egal dass ich quasi oben die stützen und auch hier unten am fluss die schützen die an die seite raus gehen weg machen kann weil es einfach nicht gebraucht werden nicht nötig sind und die struktur zu halten hier nebenbei noch ein bisschen auffüllarbeit gemacht ist wo der kurs versteht kann man ja auch endlich die anderen sachen stuhl auch mal die anderen sachen fix machen sprich dem boden unter dem ganzen zeug an pinseln weil sich jetzt wohl nichts mehr verändern wird vielleicht und so ein käse das ist auch ganz wichtig wenn ihr den park in rct baut und ihr wollt irgendwas machen da baut macht erst mal irgendwas komplett anders wenn ihr fest vor habt erst mit dem stationshaus von kurs zu bauen dann dürfte das nie als erstes machen muss immer irgendwelchen müll dazwischen machen sonst ist das rct zwei kammer kaputt und dann seid ihr gefickt oder so ähnlich wer weiß vielleicht nicht wir sehen jetzt hier dass wir gerade verändern jetzt habe ich den fehler gemacht ein fehler zu machen dass alle meine änderungen total ich hätte richtig sind und verarsch weil diese quasi selber wieder rückgängig gemacht da hatte ich ein kackler aber das ist unverstellbar aber so so wie es jetzt ist bleibt es auf alle fälle egal was der liebe jan von müll erzählt da kommt es auch der transfert runter und dann passt es weil auf die hat sich jetzt viel verändert ich behaupte im prinzip den hügel unten wo der eigenen drunter durchläuft tick höher gesetzt um mir nach hinten drauf auf der platz zu verschaffen dadurch konnte die ganze anlage um ein feld nach vorne quasi gezogen werden jetzt ist hinter diesem dabei ist der blaue zugrad fährt dahinter ist jetzt ein feld platz wo die q durch kann ohne dass sie unter irgendwelche coaster schieben muss ohne dass sie irgendwelche stütze struktur zerstört ohne dass sie unter den transfer track muss sondern da geht man kann die jetzt einfach durchlaufen sie jetzt hier gerade das wunderschön die lücke dieser stuhl bringe auch dann nehmen wir hier noch ein bisschen judy q ist es nicht sonderlich das ist schon lang aber nicht so lang wie wir zum beispiel bei der doverkin ähnlich doverkin pathomax trotzdem lang genug wie ich finde ich weiß nicht ich habe eigentlich vorgehabt die noch ein bisschen mehr in den coaster zu integrieren noch ein bisschen mehr interaktion mit dem coaster sich zu machen aber eigentlich reicht es so wenn du stehst in der q überall um dich rum rauschen raus der coaster vorbei du hast hast ja keine kreuzung mit dem coaster wird zum beispiel dort unten wo ich es eigentlich beabsichtigt war aber dadurch dass über all um dich herum dieser coaster um reihe hat sollte das problem interaktion kein problem mehr darstellen oder so ähnlich so hier quasi die wege connecten oder dass sie connected sind ja ich hoffe mal das toll kann man weit genug aufmachen dass der mechaniker da mit einem e-wagen hochfahren können weil sonst muss einen sehr langen fußweg auf sich nehmen sehr nervigen fußweg möchte so sagen darf ich hoffe auch dass wir unten im vierer bereich ist es doch genug platz haben ich bin mir echt sicher gerade so auswendig aus dem kopf wie weit ich jetzt eigentlich mit dem kopf darüber gewandert bin ein sperrgebiet sozusagen war ich da andere themen bereich hat sollte ich war doch gar nicht sicher was ich da überhaupt für die bereiche ich habe so eine ab eine idee gehabt aber ob ich das wirklich umsetzen weiß ich noch nicht stattdessen bauen wir jetzt eine wikingerstation fangen sie mir das damit an um sie am ende wieder abzureißen weil halt doch alles kacke war normal kennt man ja von mir so hier vorne guckt fenster damit man schon raus gucken kann so schade dass ich später alles wieder abreißt so jetzt hier doch stattdessen ja das war wieder so ein ding eigentlich mag ich das gar nicht zwei schichten basisblöcke übereinander zu bauen aber auf der anderen seite haben wir das problem wenn ich dann die reihe jetzt nicht gebaut hätte werden wir wieder ungerade gewesen und ungerade ist immer kacke nun gerade meine ich wenn man mit einzelnen feldern geht es gibt ja quasi die große wand die vier viertel vier viertel nach oben also ein ganzes darum geht dann gibt es die halbe wand und es gibt die viertel wand und ein ja es ist immer blöd wenn man quasi auf ein viertel und drei viertel ist wenn man dann die schrägen nicht gescheit stopfen kann meistens es gibt natürlich auch ausnahmen wo es ein viertel und drei viertel der bessere bessere weg ist aber bei den meisten sachen und vor allem bei den sachen die wir jetzt hier für das dach brauchen werden später das ist wichtig dass es auf auf ganzen zahlen ist also auf halb und voll und ich auf ein viertel und drei viertel hier wieder auffallen dass man in dieser halle dann ja dann letztendlich doch doch kubau kann habe ich dann direkt mal gemacht können die leute länger anstehen das ist natürlich immer gut wenn leute länger anstehen und das einzige problem was ich mit dem ganzen gerät habe ist dadurch dass der lift zu unglaublich lang ist wir können zwar ohne probleme mit vier zügen fahren aber letztendlich muss der zug in der station trotzdem recht lange warten das heißt die kapazität von dem gerät wird nicht hoch sein leider gottes das ist sehr schade muss man durch alles was man machen könnte ist den lift zwischendurch noch ein paar mal so ja nicht wie abzusenken so dass man zwischendurch noch mehr block bereich in den lift einbaut das sonst beispiel allein aber das macht dann auch keinen sinn weil dann hinterher des blockbremsen system für den rest der war nicht funktioniert deswegen ist das schwachsinn genauso wie die ganze konstruktion die ich hier gebaut habe ich würde sagen das ist ein guter schlusspunkt um schluss zu machen wir haben heute den coaster fertig bekommen das ist gut ich bin auch einigermaßen zufrieden damit oder relativ ziemlich zufrieden ich war aber bauen ziemlich zufrieden inzwischen nicht mehr aber gut dann gucken wir mal wenn ich dann glühende idee bauen wir nächstes mal den coaster um bis dahin bis zum nächsten mal leute macht's gut ich wünsche euch was haut rein tschüss